Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Eltern, auch in diesem Jahr gibt es wieder ein Landkreis Ferienprogramm. Anmeldestart ab 19. Februar. Bei mir ist der Peter Weidel. Er ist unser Landkreis Jugendpfleger. Er ist für die schönen Dinge im Landkreis verantwortlich. 120 Veranstaltungen, Termine, Aktionen hat er sich ausgedacht mit seinem Team und jetzt fragen wir ihn einfach einmal, was so die Highlights sind oder wie groß die Bandbreite auch in diesem Jahr wieder ist. Ja, wir haben sportliche Angebote, künstlerisch-kreative Angebote, erlebnis-pädagogische Angebote, Bildungs- und Präventivangebote. Ferienprogramm ist immer Bildung und Prävention, aber die möchte ich nochmal besonders hervorheben. Ja, und auch Spaßangebote haben mit am Start, also so dass einfach für jeden was dabei ist. Super, prima. Wer kann denn alle mitmachen? Ja, Kinder und Jugendliche ab dem Grundschulalter, aus dem Landkreis Regensburg natürlich und auch aus der Stadt Regensburg. Super. Und wir sind natürlich auch digital geworden, dieses Jahr schon zum zweiten Mal mit QR-Code. Dann kann man wirklich auch am Handy, am Computer sich das Ganze nochmal anschauen, Anmeldung auch. Und ja, dann wünschen wir euch viel Spaß. Tolle Ferienzeit in diesem Jahr und wir freuen uns auf euch. Jo.